Wir als Gesellschaft brauchen das Jüdische Museum Berlin, weil... Coole Frage. Boah. Wow. Ach, das war ja wieder ganz hinterdingsig. Oh, I can't be too provocative, because if you ask me to be really provocative, I'd probably get thrown out of the museum. I don't know, was würdet ihr denn machen dort? Also... Ich geb mir mal irgendwie Mühe. Wir brauchen das Jüdische Museum Berlin, weil...